Yo, Servus Leute und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Smite. Wir sind auf dem PTS Server und wir spielen den neuen Rework, also nicht den neuen Gott, mein Gott. Wir spielen den Rework von Odin, worauf ich mich echt freue, Alter. Was gehen wir eigentlich? Durchdringung, Gott, Alter, wenn ich das auf Deutsch liest, kriege ich... Ja genau, das ist kein Trance. Trans... Transzendenz, Transkendens. Und Blink natürlich, so. Also, allgemein könnte ich ehrlich auch zu der Conquest Web noch was sagen, was mir so einfällt. Ähm, Moment, was... Den Jump, äh, den Jump. So, und zwar, ähm, und zwar Camps wie Speed Buff, Purple Buff spawnen schon bei Sekunde 20, was, ähm, was zum Fick geht auf der Duoländer. Was als Hilfe dafür war, dass nicht mehr so viel invaded wird, weil ja der Speed Buff dauer invaded wurde, jetzt haben die weniger Zeit, zu invaden, weil die schon bei Sekunde 20 spawnen, der Speed Buff. Ähm, ja. Beim Purple Buff bin ich mir gerade, ehrlich gesagt, nicht sicher. Ich glaub, der spawnt immer noch bei 25. So, wir scannen aber erstmal zum ersten Mal die 2. Ansonsten haben wir nicht viel neue, ist auch, äh, mit Camps haben wir 2 neue. Also hier nur 1 und hier 2 auf der Midlane. Ansonsten haben wir bei den Purple Buffs nochmal 2 Camps für die Duelane. Und der Purple Buffs selbst gibt jetzt, äh, noch Attack Speed. Nochmal 10%. So, wir schauen mal, dass wir hier... ...den hier einfach mal clearen schnell. So. Jetzt haben wir... Wir haben auf jeden Fall viel mehr Farm in der Midlane. Was auch... Uiuiui. Was auch ein guter Grund ist, für den Support zum Beispiel viel in die Midlane zu notieren, aber auch viel wieder in die Duelane zu notieren, weil auf der Duelane sind jetzt auch... Warte. Auf der Duelane sind jetzt halt auch noch 2 Camps. Und wenn der Support da wäre, um die zu sichern, wäre es natürlich echt nice. So, Dille. Was kann man noch sagen? Was gibt's noch viel Neues? Na, das war's eigentlich schon. Na, ah ja. Stimmt. Hier ist noch so ne... Wie nenne ich das? Ähm... Ein Gold-Digger. Und zwar... Füllt sich diese... Kiste? Dieser Schrein... Der gibt dir Gold, wenn du mit den... Wenn du Autotext machst, einfach. Und der füllt sich, je mehr... Ähm... Jungle Camps deine Teammates machen, desto schneller füllt sich der. Also immer, wenn du ein Jungle Camp machst, füllt sich dieser hier mit Gold. Und dann kannst du da hingehen und dein Gold einsammeln. Die kriegt das? Okay, gut. So. Das war's zur Conquest-Map. Kann sein, dass ich vielleicht was vergessen habe. Bin mir nicht sicher. Ansonsten, erinnert mich dran. In den Kommentaren. So. Kommen wir zu Odin-Rework. Ähm... Die, die den Patch gelesen haben, wissen, warum sie überhaupt einen Rework gemacht haben. Allgemein, es gibt immer Gründe für einen Rework. Laut Iris. Und zwar... Wenn der Gott nicht mehr oft gespielt wird. Wenn seine Win-Rate nicht hoch ist. Wenn er einfach nicht populär ist. Äh... Wenn der Balance nicht mehr passt. Also... Wenn einfach hier der Gott besser ist, als... Der hier. Oder... Wenn die Community selbst auf Twitter... Oder sonst irgendwo... Wenn die Pros sagen, okay, der Gott ist einfach scheiße. Langsam... Der braucht mal wieder was Neues. Das sind so Gründe für einen Rework. Natürlich stimmt jetzt nicht alles für Odin zu. Weil seine Win-Rate ist... Äh... Nicht wenig. Moment. Schade. Ähm... Seine Win-Rate ist jetzt nicht niedrig. Er wird aber trotzdem nicht gerne gespielt. Weil einfach langweilig ist. Aber einfach langweilig. Seine Skills waren... Äh... Nichts Besonderes. Das war so ein Hin- und Herge-Jumpe... Und Geolte... Und... Drehen mit dem Speer. Ist jetzt einfach langweilig. Nichts Besonderes. So. Ähm... Die Beatcamps haben auf jeden Fall wenig Leben. Muss ich so sagen. Die kann man schnell töten. Okay. Wir gehen mal weg. Und... Holen uns Boots. Dann haben wir einen Schutzstein. Nicht Schutzstein. Ein neues Relikt, was ihr direkt am Anfang habt. Das ist eine Sichtscherbe. Wenn ich das auf Deutsch ausspreche. Das ist einfach eine Ward, die ihr am Anfang direkt habt. Dieses Ward-Relikt hat man halt eingeführt. Wegen diesen ganzen Invaders am Anfang. Dass man jetzt nicht extra eine Ward kaufen muss. Sondern trotzdem seine Pots kaufen kann. Aber trotzdem noch eine Ward platzieren kann. Beim Speed zum Beispiel. Ähm... Falls man invaded wird. Dass man Bescheid weiß. Auf jeden Fall habt ihr jetzt am Anfang umsonst ein Relikt. Mit dem ihr Ward setzen könnt. Mit einem Cooldown von 120 Sekunden. Äh... Bei Level 12 könnt ihr das dann upgraden. Wenn ihr wollt. Oder ein neues Relikt kaufen. Also das bleibt nicht für ihr macht. Sondern nur bis Level 12. Wenn ihr das upgradet. Hat es einen... Äh... Kleineren Cooldown. Das heißt ihr könnt öfter... Eine Ward setzen. Die Frage wäre jetzt... Gehen wir mal kurz nach links. Wir kommen gleich zum Odin River. Keine Sorge. Oh Gott. Nein. Na? Guck mal. Da. Da. Und dann. Und dann. Hehe. Nice. So. Die Frage wäre jetzt... Ich will jetzt mal was überprüfen. Und zwar ob man drei Worts setzen kann. Wahrscheinlich nicht. Oder? Nein. Kann man nicht. Okay. Schade. Ich dachte vielleicht haben die das vergessen. Und man kann drei Worts setzen. Oh. Links ist was fest. So. Das war es erstmal zu Conquest. Allgemein. Ein paar Veränderungen. Es gibt auch sehr viele Items und so. Die nenne ich jetzt aber nicht. Es geht hauptsächlich gerade um Odin. Nein. Oh Digga. Der hat aber gerade ausgewichtigt. Was? So. Odin River. An Odin wurde nicht viel verändert. Seine passive ist die gleiche. Seine 1 und seine 2 sind die gleichen. Ähm. Was verändert wurde ist seine 3 und seine 4. Hier steht jetzt echt viel. Deswegen werde ich das auch abkürzen. Kann sein, dass ich zwischendurch kurz nachlesen muss. Mal das hier machen. Und zwar seine 3. Ähm. Ist jetzt nicht mehr so eine Drehung? Wollt ihr es hier einsammeln? Ne, mit denen ist alles okay. Ist jetzt nicht mehr so eine Drehung, sondern er wirft jetzt einen Speer. Und während ihr die 3 drückt, könnt ihr sie 3 mal aufladen. Das heißt, ihr drückt einmal die 3. Das können wir. Also. Einmal die 3. Ihr seht, er macht 3 mal so Windstoße, Dinger. Also hör mal. Und am Ende könnt ihr die 3 werfen. Also ihr wirft einfach einen Speer. Und je nachdem, wann ihr die, den Speer werft. Aufbluter. Puh. Der war knapp. Ähm. Je nachdem, wann ihr die 3 werft. Oh Gott. Nein. Äh. Okay. Loll. Ähm. Je nachdem, wann ihr die 3 werft. Passiert etwas anderes. Bei. Also zum Beispiel. Ihr channellt nur einmal. Also. Ihr drückt die 3. Und dann kommt einmal dieser Kreis. No problem, Bruder. Also ihr channellt einmal. Das geht euch. Nein, 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 nein. Ich glaube nur extra Schaden war das. Beim ersten Mal nur. Gibt es? Erste Rune. Ah ne. Erste Rune. Also. Verbindet in eurer Nähe. Erhalten. Angriffsgeschwindig. Angrifstempo. Nicht Geschwindigkeit. Beim zweiten Channel. Äh. Verfolgt euer Speer anscheinend den Gegner. Weil er ihn markiert. Aber ich habe ehrlich gesagt. Ich habe dann ausgetestet. Und irgendwie funktioniert es nicht. Vielleicht mache ich es auch falsch. Egal. Das kriegen wir noch irgendwann raus. Und die dritte Rune. Betäubt den Gegner. Das heißt. Ihr. So. Moment. Also ihr channellt das jetzt 3 mal. 1. 2. 3. Und ihr werft beim dritten Mal erst euren Speer. Dann wird der gestunt. Wenn ihr das beim. Ersten Mal wirft. Macht es nur Schaden. Beim zweiten Mal macht es einen Slow. Und beim dritten Mal. Slowt und Stunt es. Digi. Wie oft. Wirst du auf der Solo Lane gefickt. Wenn ich dir da unten helfe. Äh. So. Kommen wir zu Ulti. Die Ulti ist richtig nice. Und zwar. Und hier ist ein Stuntbruder. Ach schade. Oh. Komm wir difen. Nice. Oh. Und der Ulti ist jetzt nicht mehr einen. Äh. Hat jetzt nicht mehr einen Kreis geformt. Sondern ein Oktagon. Also. Also. Acht. Acht Wände habt ihr jetzt. Und. Aus eurer Ulti. Kann man rauskommen. Wenn man die Wände. Fünf Mal mit. Normalen Attacken. Äh. Angreift. Also. Jede Wand hat. Fünf Leben sozusagen. Ähm. Wenn ihr aber die Ulti. Verlässt. Mit einem Phantom. Oder einem Jump. Oder sonst. Irgendwie. Kriegt ihr Schaden. Scheiß auf Trails. Wir gehen. Herz. Sucher. Geil. Ähm. Genau. Ansonsten habt ihr. Wie immer. Keine Heilung. In Odin. Seiner Ulti. Als Gegner. Ähm. Ihr seid um 25%. Geflote. Verlangsamt. Ja. Ähm. So. Mein Argen hier nimmt er auseinander. Das pushen wir weiter. Ich gehe nach links. Der wird gerade nämlich auseinander genommen. So. Wir machen jetzt mal. Ah ja. Das ist Bastets. Ihre neue Passiv. Wer die sieht. Jetzt ist halt das Geile bei Odin. Ciao Bruder. Das Geile bei Odin ist jetzt. Ihr könnt jetzt eure zwei. Äh. Einsetzen. Dann. Könnt ihr eure drei einsetzen. Warten. Dass es dreimal. Äh. Sich aufgeladen hat. Den Gegner stunnen. Und dann mit der Eins drauf springen. So. Das ist jetzt. Einfach mit Odin ist jetzt halt einfach viel geiler. Er ist nicht mehr so langweilig. Ihr könnt ein bisschen ein paar Kombos machen. Ihr könnt die Gegner. Sloan aufhalten. Ähm. Sonst mit der Ulti. Könnt ihr jetzt wenigstens dafür sorgen. Dass sie Schaden fressen. Weil sonst war es einfach nur eine Ulti. War drin. Wow. Jeder der rausjumpen konnte. Für den war Odin einfach. Odin war einfach langweilig. Man konnte auch seine Ulti jumpen. Und das war's. Odin konnte nichts dagegen machen. Sozusagen. Er konnte halt nur Sloan. Mein Gott. Ist ja nichts besonders gewesen. Einfach. So. Also wir machen es jetzt mal. Okay. Wir springen jetzt mal kurz rein. Also ich finde auf jeden Fall auch, dass Odin einen Rework gebraucht hat. Er war wie gesagt nicht populär. Aber man wollte ihn nicht wirklich spielen. Auch wenn er gut war. Also es war ja nicht. Er war nicht mal schlecht. Man hat mit Odin viel anfangen können. Nur war er einfach langweilig. Das war immer das gleiche. Ihr habt eure zwei eingesetzt. Dann eure. Mit eurer Jump drauf. Damit die zwei explodiert. Und da. Irgendwie langweilig. Gehen wir noch. Damit. Heidrass. Keine Ahnung. Heidrass. Ist ja auch egal. Das Wichtige ist gerade den Odin den Rework zu erklären. Ähm. Ich dachte eigentlich. Guck mal. Ich habe keinen Ping. Ich bin auf einem Army Server und ich habe keinen Ping. So. Ich weiß noch nicht ganz, ob sich das hier auszahlen wird. sondern, äh, besonders viel Gold ist das nicht. Lucky Bastard. Ähm. Besonders viel Gold ist das nicht. Ähm. Das wird sich noch zeigen, ob sich das auszahlt. So. Du wirst jetzt gestunnt. Oh. What? Das hat die nicht erreicht? Schade. Da kommt ein Tarnatok. Oh nein. Digga. Ah. Oh. Oh. Ah. Ja. Blending die Köhle. Oi, oi, oi. Die. Die zerfetzen uns. Bitte, ähm. Outrotated. Oh, wir werden. Digga, wir stehen 21.9. Aber wir verlieren. Okay. Auf jeden Fall könnt ihr mit Odin jetzt einfach viel besser chasen. Ihr könnt die Gegner stunnen. Ihr könnt die Gegner slonen. Slonen konntet ihr trotzdem. Aber jetzt könnt ihr noch dazu extra noch den Gegner stunnen. Und das macht mehr Spaß. Also ich muss schon sagen, Odin macht jetzt viel mehr Spaß. Allein diese, äh, beiden Veränderungen an seiner Ulti, an seiner 3. Werden die wahrscheinlich schon dazu bringen, dass man ihn öfter spielt. So. Geht der Speer durch, äh, alle Minions? Der Schein, oh ja. Der Speer geht durch alle Minions, also. Richtig nice. Zum Wave-Clearen auf jeden Fall auch gut. Recht gegen mich, Camp. Was geht in der Midlane? Oh, okay. Der Bruder weiß auf jeden Fall, was er machen muss, sagen. Ich mein Team, Alter. Eigentlich dachte ich, wir gehen jetzt da jetzt alle drauf. Oh, der Thanatos zerfetzt, Alter. Thanatos Solo. Oh. 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 What's your problem, bro? Oh, er soll uns. Dachte, die in der Defense. Keine Defense, keine Defense. Ist die in Defense? Okay, wir gehen Brawlers. Nein, brauchen wir keine Worts. Scheiße, Worts. Did I kick your mom or something? Okay. Ja, ansonsten ist dann der Conquest-Mill eigentlich auch alles dasselbe. Hier zwei neue Mid-Camps, hier zwei neue Camps auf der Dua-Lane. Purple-Buff gibt jetzt der Tag-Speed. Also, gebt das eure Mid-C. Ich geh mal nach rechts. Was ich jetzt vergessen hab, das ist jetzt blöde, was ich merk, ehrlich gesagt. Ich muss jetzt immer dran denken, dass ich bei Level 12 die Scheiße hier tausche gegen das was anderes, weil das hier ist unnötig, Leute. Behältet das nicht, also da ist Beats, Egg, Shell, Sprint, alles wichtiger als das da. Kauft euch einfach Worts. Ich hab jetzt vergessen hier, das hier mit was anderes zu tauschen. Hm. Weil jetzt zeigt's dir in einem Nier auch nicht an, dass du keinen Delic hast, wenn du die Base verlässt bei Level 12. Okay. Ich hab'n Stun. Ich hab'n Stun. Oh, okay, der ist nicht los. Ich hab'n Stun. Ebenat, der Bruder. Ey, der Horus, ich brauch'n... Oh, shit. Okay. Ist schon unser. Warte, ich bin weg. Ne, Horus, alter. Achso, der hat drei Physi... Alles klar. Bei magischen. Und das reicht schon, um alles auseinanderzunehmen. So. Den schwer zu treffen ist eigentlich nicht schwer, außer die Gegner schuken gut. Ich glaub' ich hol' doch einfach... Na. Äh. Können doch selber den Fall sein. Ich hab'n, Alter, steht 32 zu 15. Trotzdem sieht's nicht so aus, als würden wir gefehlen, gerade. Können wir mal groupen kurz? Das ist nice. Das mit dem Sperr werfen ist einfach nice. So, Bruder. Wenn du jetzt rausgehst, wirst du... Schälst du Damage und du kriegst noch ein... Ah, ja, stimmt. Also ein so'n Sperr von meiner Wand, äh, geht dann und fliegt ihm hinterher, so wie ihr's grad gesehen habt, und fliegt ihn dann auseinander. Das ist schon geil, irgendwie. Muss ich schon sagen, das ist richtig gut gemacht. Wo? Ah, da, in der Mitte. Nei. 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 Junge, wie schnell ist der? Ähm. Naja. Mit den beiden vielleicht nicht. Achso, ihr wollt' den normal machen. Okay. Die sollten auch ein VGS machen für Attack Pyromancer. Jetzt mal ohne Wett. Cancel that. Genk! Ah Leute, wollt ihr mir irgendwann helfen, oder? Oh fuck. Weiß nicht, warum wir den Thanatos nicht fokussen. Naja, der Bucker holt uns vielleicht den Phoenix. Oder er läuft raus und wieder rein. Ja, wenn wir den Thanatos fokussen würden, würde es anders aussehen. Ja. So, habe ich irgendwas nicht genannt. Ähm, ja. Ihr wechselt eure Rune alle 0,7 Sekunden. Was jetzt nicht so wichtig ist. Verlangsamt den Gegner um 2 Sekunden lang. Ja. Ihr channellt eure Runen und werft dann euer Speer bei der ersten, zweiten oder dritten Rune. Bei der Ulti, jeder der rausspringt. Oh, den habe ich gar nicht gemerkt. Jeder der rausspringt, den folgten Speer hinterher und verlangsamt ihn. Und fügt ihm noch Schaden zu. So. Ah, was noch neu ist, was ihr gerade jetzt auf der Map seht. Ihr seht doch hier jetzt so hässliche, viereckige, grüne Dinger, die rumlaufen. Das sind jetzt Fire Minions. Also, Oni Minions sind jetzt auf der Map gekennzeichnet. Oni Fire Minions sind auch gekennzeichnet. Und normale Fire Minions sind auch gekennzeichnet. Äh, ups. Wollt ihr eigentlich nicht gerade einsetzen? Nein! Verdammt. Das war jetzt schlecht von mir, Alter. Oh Gott, ich bin tot. Okay. Nice. Können wir mal, Allah, können wir mal Tower nehmen oder sowas. Also, ich hoffe, die überarbeiten das noch. Das sieht ja mal richtig scheiße aus. Die Gold Fury ist mir gerade lieber die Safe. Die Oni, die brauchen wir. Das Game geht mir schon wieder viel zu lang, Alter. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Oni Minions aussehen. Ja, echt Fire Giant machen Kill Thanatos, Digga. Er hat keine Ulti. Fickt ihn einfach. Nein, das war doch nicht so schwer, oder? Ah, Oni Minions sehen jetzt so aus. Ja, wahrscheinlich nicht. Das ist ja ein PTS. Aber Oni Minions werden auch anders aussehen. Ich hoffe, die machen das einfach schöner. Aber wenn es nicht so hässlich aussieht. So. So. Kloppt und. So. Die Bast hat jetzt gesprungen. So. Alles klar. Oh mein Gott, Alter. Gleich mal alle Mute, Alter. das da ich glaube ich hole mir am ende noch mag es klug eigentlich nicht die neuen ganzen dinger hier muss ich eigentlich auch noch durchlesen heilung ah das ist das neue support item was die heilung erhöht genau was die neuen items noch machen habe ich mir noch nicht ganz durchgelesen deswegen scheiß mir erst mal drauf und ich habe immer noch keine reliquie ich habe dich gar nicht Na, scheiß drauf. Komm mal, greifen? Sehr gut. Können wir auf den Ularum gehen, bitte? Sehr gut. Können wir auf den Phoenix gehen, bitte? Na ja, Bruder, nicht gegen den Agni kämpfen. Okay, das wird jetzt gerade zu viel hier, glaube ich. Oh Gott, zu viel, zu viel, Digga. Ist der Agni tot? Ne, der lebt noch. So, also. Kann ich das jetzt verkaufen eigentlich, oder? Ah, okay. Oh. Alles gut. Ich dachte gerade, ich habe den Scheiß hier geholt. Ich brauche auf jeden Fall Eges. So, wer stirbt jetzt? Ah, gut. Oh, der war knapp du. Äh, tight. Wacker, tight. Quasi. Ich bin doch Teleporter? Nein. So. So. Ah, ja. Also, ich sage zwischendurch immer so, was ich, wenn ich mir zufällig was Neues kaufe, dann sage ich was dazu. Ich werde jetzt kein neues Ultim Guide machen. Ähm. Für die, die Hands of God nicht kennen. Also, je nachdem, wie lange ihr dabei seid, werdet ihr das kennen oder nicht. Ich, das gab es früher mal, zum Stunnen von Gegnern, zum Clearen von Jungle Camps, viel schnell im Clearen und, äh, sichern von irgendwelchen, äh, Fire Giant und, äh, Gold Fury Objekten. Äh, da hat man dann an der Lebensanzeige von der Gold Fury zum Beispiel, irgendwann hat sich dann die Farbe geändert und dann wusstest du, okay, jetzt kannst du dieses. Und, das war halt ein Relic statt ein Consumable Item. Dann wusstest du, okay, jetzt kann ich das Item einsetzen. Dann kam so eine Hand runter und dann hast du einfach direkt instant den, äh, Fire Giant sozusagen gesaved und gekleert ab, ich glaube, 25%, wenn ihr noch 25% Leben hatte, wurde jetzt gelb oder so. Dann konntest du das schnell klären. Ähm. Moment, ich sage gleich was dazu. Komm schon. Oh Gott, Alter, dein Ernst. Der ist da eingesperrt. Okay, wenn wir die killen. Nice. Der ist gesloten. Fick den und. So. Äh. Aber linksangreif. Oh. 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 Oh, wie viele Minions sind hier? Leck mir mal. So. Ähm. Das ist jetzt wieder so ein Consumable Item diesmal. Mach das gleiche, außer diesen, ähm, außer bei, Dings, bei Fire Giant und Golf Riggle wahrscheinlich. Gute Frage eigentlich. Ähm. Kann nur Monster auf deiner Seite des Dschungels angemacht werden. Genau. Ähm. Du kannst es auch nur auf deinen Jungle Camps machen und nicht auf den Gegnern. Und damit kannst du halt deinen Speed zum Beispiel safen am Anfang. Falls so ein Herc Support mal wieder invaden will. Also einmal einsetzen und es ist dann weg. Ähm. So, wenn er jetzt hier reinkommt. Oh. Ich dachte. Oh. Ich bin da jetzt echt reingesprungen. Ich bin da hinter seine Eins reingesprungen gerade. Wacker, Digga. Wo bist du, Bruder? Nice. Oh. Egal. Agni carried uns. Ja. Sehr gut. Oh. Schade. Okay, Bruder. Baka. Baka Baka. Baka Baka Baka. Baka Baka. Baka Baka. Baka Baka. Danke. Ja, Leute. Das war's zu Odin Rüberg. Ähm. Ich habe noch nicht viel dazu sagen. Macht Spaß. Macht viel mehr Spaß. um seinen Sperr zu werfen, wenn ihr äh dann eure Ulti, wenn die raus wollen, müssen die Wände zerstören und wenn sie rausspringen, kommt ihr in so ein Sperr hinterher und fickt ihnen nach. Also ist echt nice. Äh, ich freu mich drauf, wenn das dann im richtigen Server draus ist. Also nicht auf dem BTS. Yo, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Fickt euch, fickt euch. Fickt euch von Herzen, fickt euch. Fickt euch. Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.